Ruhelfmännlich, das Finale, Elia Swigel, Justus Alinaus, Finschlein im Kalender, Moritz Tafanshofer, Alina Beck, Nick Hink und Jörg von Blenca, Elia Swigel auf der Innenbahn, er hat hier den besten Start gehabt, auch auf der ersten 5.0.0, auf der ersten 2.0.0, auf der ersten 2.0.0, auf 2.0.0, auf 3.0.0, auf 3.0.0, auf 3.0.0, auf 3.0.0, auf 3.0.0, auf 3.0.0.0. Auf 4.0.0.0, auf 4.0.0, auf 4.0, auf 4.0.0, auf 4.0.0, auf 4.0.0.